Das digitale Mikroskop in der Digibox Wien erleben wird mit wenigen Handgriffen zusammengestellt. Zunächst wird der Ständer auf die Grundplatte gesetzt und eingerastet. Nun wird das Mikroskop in den Ring eingesetzt. Das Mikroskop ist höhenverstellbar, mit der Schraube an der Rückseite kann die Höhe fixiert werden. Durch kurzes Halten der Einschalttaste wird das Mikroskop gestartet. Mit dem Drehknopf an der Vorderseite wird die Schärfe reguliert, an der rechten Seite befindet sich die Helligkeitseinstellung. Aufnahmen werden auf der eingelegten SD-Karte gespeichert. Mit der Taste D kann zwischen Fotomodus, Videomodus und Bildwiedergabe umgeschaltet werden. Die Taste M öffnet das Menü, wo etwa Auflösung oder Belichtung eingestellt werden können. Mit der OK-Taste wird eine Aufnahme gemacht. Im Fotomodus startet davor ein kurzer Timer. Während einer Videoaufnahme blinkt das Anzeigelicht rechts unten. Mit dem beiliegenden Kabel wird das Gerät aufgeladen und die Aufnahmen können auf den Computer übertragen werden. Um das Mikroskop als USB-Kamera direkt am Computer zu nutzen, wird nach dem Anstecken des Kabels die Option PC-Fotoapparat gewählt. Untertitelung des Kabelschel 할� Zipl